guten tag und willkommen zurück zum august des saga im letzten part haben wir eine auftrage im letzten part haben wir einen auftrag bekommen von waldegard die borne zu finden diese rosa und so ja und jetzt finden wir die letzten zwei gut was steht da hülle der rosenach wäre die rosenach wäre gut münzen ja ich bin geld geil was ist das pilz zero das standard paket also gut was aber hier das ist der alte box mit münzen oh ja münzen schon vorbei ob rup 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 step okay münzen 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 das ist eine das sind zeichen die geld geil müssen bestraft werden du hast eine rosenach wäre ist gut dann würde ich sagen wir aus der höhle raus und holen uns den letzten dingens gut kommt schon noch so ein baum stumpf ich bin die enkeling des großen waldegard was fällt euch ein so einfach in mein zimmer einzudringen frechlinge zimmer aber wenn ihr schon mal hier seid könnt ihr genauso gut eine nützliche kleinigkeit lernen das habe ich den zuschauern im letzten part erklärt im letzten part dass niemand mir zuhört naja hallo ich habe die boh und was willst du jetzt alle fünf bohnen gut ich weiß nicht wo ich jetzt lasse ich raus gute nacht ist es nicht oh mein gut gut dann schicken wir mario rein nur zuerst muss ich checken ob da irgendwo item boxen sind ja der scheint angepisst zu sein ich glaube das ist ein richtiger zeitpunkt zu heilen und sich noch mal ein sirup rein spritzen denn ich glaube das ist der heutige boss ist aber ja der heutige boss ist aber nein erst ist wiggler wiggler ist immun solange er rot ist das heißt wir müssen alle seine körperteile kaputt nicht kaputt machen sondern einfach nur drauf springen what the fuck okay ja ja und ja ich auf den kopf springt sonst wieder wieder anti aggro wenn das so aber wenn das so heißt keine ahnung ob das so heißt lasst mich jetzt auswählen gott verdammt gut ich glaube jetzt alter siehst du komisch ernsthaft ich lasse mich da jetzt einfach treffen von dem kack 4 das ist das ist doch nicht normal das ist doch nicht normal wiggler ist die finn keine ahnung was jetzt ist der ist kaputt gut hackebrüder auf wiggler hoa haften boah jetzt wird wieder aggressiv der spacko alter ha ja alter die krecken epileptischen haben wir nüsse nein natürlich nicht leute ich friss mal gut hauptsbrüder ich glaube hä ich glaube ich glaube das war das extra doch so dass man da zwei leute trifft okay jetzt werde ich dich aber jetzt mal richtig verkloppen und zwar mit platz brüder hv da gut gut nach diesen nervigen mini boss kriegen wir die rote lachbäre gut leistungen aneinander ich bin hier eingesperrt im film gut dann spule ich mal wieder vor ihr könnt mir nichts gut dann zeigen wir dem typen mal dass wir jetzt die ganzen dinge haben aber zu speichern ich wollte vielleicht wieder uns ja angreifen haben wir dann nicht aber keine ahnung gut erstaunlich ihr habt alle drei bär gefunden schreitet vorhanden auf eure weg hurra es geht weiter der fiese bau wollte das einfach nicht durchlassen aber es war ja klar dass ihr die drecksarbeit für uns erledigen werdet münzen pilz wort ist hier frisch wort ja war ab da ist noch ein block ok lachbärstrauch ok ich glaube jetzt sehen wir endlich diesen kuvert extrem ich gehe jetzt in den birkenwald ich hoffe die pillen wirken bald dann schüttel ich mir reime man nennt mich in vito veritas bin erster schloss hier im chateau und meister des zwitzwein keltens man könnte sagen eine lebende legende ja ja meine herren und was ihr hier seht ist die legendäre kuvert extrem für die herren ein schluck kuvert extrem auf euer wohl diese kuvert extrem habe ich mit habe ich über 1000 jahre mit witzen gefüttert diese reiflich gereifte reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen bis ich diese erlesene qualität erreicht habe dies ist ein guter tropfen und gäste mit schlechten manieren bekommen oder 1 und 2 und 1 2 3 4 das ist keine noch mal habe ich zwei das ist eine nummer zu groß für uns gehen ich sie kurz extrem mit die ihr gebührenden respekt ach du kacke holy shit wie herrlich wie wunderbar ja orgasmus match bitte beachtet dieser wird man hat sein pokett aus der aromatischen reife von 1000 jahren alten scherzen der ist ja kuvert extrem besticht durch blumigkeit und bären duft und sowohl oh shit it's bustleim ach du kacke ja greift gleich an ne voll fair ich würde sagen im nächsten part besiegen wir kuvert extrem bis dahin tschüss tschüss